Applaus für den SAK! Und nun, der Sieger des 8. Volksmannagrucks Haarenkapps in der Kategorie U11. Mit einer unglaublichen Leistung über den ganzen Turnierverlauf hinweg. Sie besiegten die schwersten Gegner und konnten sich immer wieder durchsetzen. Einen Riesenapplaus für SV Spital! Der Trainer hält auch oben rein, unseren DSG-Fährdach-Wanderpokal mit der Auflage, ihn nächstes Jahr wiederzubringen und zu verteidigen. Und nun, der Sieg-Fahrdach-Wanderpokal mit der Kategorie U11. SV Spital auf Platz 1, herzliche Gratulation! Meine Damen und Herren, das war's mit der U11, mit dem 8. Volksmannagrucks Haarenkappen in dieser Kategorie. Es geht umgehend weiter mit der U16. Wir sind einige Minuten hinten. Wir sind einige Minuten.